Hallo liebe KiKat-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial für die KiKat-Version 8. Hallo liebe Lehrgangsteilnehmer, in diesem Video möchte ich euch den Waldplanet oder vorstellen. Dazu starten wir das Programm, Doppelklick auf Symbol. Wir kommen hier in unser letzt geöffnetes Projekt. Das war unser Arduino, den wir aus der Vorlage gestartet haben. Den möchte ich jetzt erstmal schließen. Ich kann das hier über die Datei machen, dann ist das Projekt geschlossen und ich öffne das Tutorial 1 Projekt. Ich gehe hier rein, sage jetzt hier Tutorial 1, dann bin ich wieder in meinem zuerst angelegten Projekt. Und wir sind jetzt also hier in dieser Umgebung. Ich kann jetzt entweder hier einen Doppelklick drauf machen oder eben auf den Schaltplan-Editor. Ich mache es mal hier auf diese Datei und es öffnet sich der Schaltplan-Editor. Wir haben jetzt erstmal hier unseren Schaltplan-Editor, der ist aus einer Zeichenblattvorlage erstellt. Hier sehe ich jetzt also eine Umrandung und hier unten ein Schriftfeld. Über das Mausrad drehen kann ich jetzt hier herein und heraus zoomen. Wenn ich jetzt hier unten raufgehe, sehe ich dann also hier unsere Zeichenblattvorlage. Dann haben wir hier eine linke Buttonleiste, eine rechte Werkzeugleiste. Mit der linken Leiste stelle ich hier verschiedene Einstellungen im Arbeitsblatt ein. Wir sehen das hier schon. Hier kann ich also das Raster anzeigen lassen oder ausblenden. Ich kann es sperren oder überschreiben. Ich kann jetzt hier umstellen zwischen Inch, Mill und Millimeter. Wir bleiben bei Millimeter, wir sind in Europa. Die anderen beiden wären jetzt interessant für amerikanische Einstellungen. Hier kann ich jetzt das fensterfüllende Fadenkreuz ein- und ausblenden. Das sehen wir hier. Ich klicke mal hier drauf, dann ist das weg. Dann haben wir hier nur noch so ein einfaches Kreuz. Ich empfehle, mit diesem fensterfüllenden Fadenkreuz zu arbeiten. Das hat dann bei der Symbolpositionierung einen großen Vorteil. Ich kann jetzt hier über das ganze Blatt in einer Reihe sauber meine Symbole platzieren. Dann sieht das auch vom Zeichnen her sauber aus. Dann kann ich hier verschiedene Pins mir ein- und ausblenden lassen. Den Linienmodus für Busse zeige ich noch. Kann ich hier umschalten. Hier unten kann ich automatisch annotieren lassen. Wenn ich mehrere Schaltplanblätter habe, habe ich hier so einen Navigator durch diese Schaltplanblätter. Und ich kann mir hier die Eigenschaftsverwaltung anzeigen von einem Objekt, was dann hier auf dem Schaltplan liegt. Zeige ich euch gleich noch. Hier rechts sind meine Zeichenwerkzeuge. Hier mit diesen Einstellungen kann ich dann also zeichnen. Ich kann hier Symbole einfügen, entsprechend elektrische Verbindungen hinzufügen. Kommen wir auch gleich dazu. Dann haben wir hier oben, das ist im Prinzip immer gleich aufgebaut, auch in den anderen Arbeitsumgebern, das Speichern, das Einstellen oder das Einrichten des Schaltplans, die Seiteneinrichtungen, Drucken oder Plotten, Einfügen aus der Zwischenablage. Ich kann hier rückgängig oder wiederherstellen machen. Dann können wir hier suchen im Schaltplan. Das kann auch manchmal ganz wichtig sein, wenn ich ein Bauteil suche. Wenn ich hier also zehn Schaltplanblätter habe und ich suche dann eben R125, kann ich das hier drüber tun. Ich kann auch suchen und ersetzen. Dann haben wir hier die Ansicht erneuern. Dann hier verschiedene Zoom-Einstellungen. Also hier hinein zoomen könnte ich auch so machen oder eben über das Mausrad wieder heraus zoomen. Wenn ich zum Beispiel mal ganz weit drin bin, kann ich jetzt hier auf diesem Blatt hergehen und sagen, ich gehe hier drauf. Dann wird mir automatisch mein Blatt wieder so eingestellt, dass es komplett angezeigt wird. Komme ich also schnell zurück. Ich kann hier auf ein Objekt zoomen. Wenn ich jetzt hier ein Objekt markieren würde, kann ich das dann hier anklicken und es wird so weit rausgezoomt, dass ich eben das Teil sehe. Zeige ich euch gleich. Dann haben wir hier ein Auswahlfenster. Auch da kann ich zoomen. Hier kann ich noch verschiedene Navigationen durchführen. Ich kann hier entsprechend Symbole drehen. Zeigen wir auch gleich. Und dazu kommen wir später, wenn wir dann mal richtige Schaltpläne gezeichnet haben, werden dann diese Symbole wichtig für uns. Als erstes möchte ich euch mal zeigen, wie man eine Seite einrichtet. Ich kann hier auswählen zwischen A4 oder A4 ist grundsätzlich eingestellt. Ich kann natürlich aber auch auf A0 oder A3 zeichnen, also auf einem größeren Format oder eben auch auf einem kleineren Format, falls ich nicht so viele Bauteile habe und nur ein kleines Projekt. Dann kann ich sagen, okay, ich übernehme mal hier das Datum von heute. Dann kann ich sagen, ich vergebe meinen Revisionsnamen, den nennen wir mal 1.0. Und Titel, das soll eben hier unser Tutorial 1 sein. Die Firma ist dann hier die Ausbildungswerkstatt. Und ich kann hier noch verschiedene Kommentare vergeben. Ich kann hier hinten anklicken, ob das auch in andere Blätter übernommen werden soll. Das heißt also, wenn ich ein neues Schaltplanblatt aufnehme, würde der das, wenn hier das Häkchen gesetzt ist, mit übernehmen. Das machen wir auch mal. Das heißt, wenn wir noch ein zweites Blatt erstellen, wird das automatisch übernommen. Wenn ich jetzt hier auf OK gehe und hier hinein zoome, et voila, sehen wir also, wird das hier unten in unser Feld übernommen. Und auch beim Ausdruck entsteht das mit. Dann kann ich hier Programmeinstellungen vornehmen. Da kommen wir noch mal später drauf, wenn wir hier einen richtigen Schaltplan zeichnen. Insbesondere hier bei den Schweregraden und bei der Pin-Konflikt-Matrix. Da mache ich dann noch mal ein eigenes Video dazu, um euch das näher zu erklären. Das führt jetzt an dieser Stelle hier zu weit. Gut, soweit mal dazu. Wir passen mal unser Blatt ein. Und ich lasse mir auch mal das Raster anzeigen. Wir sehen, das ist ziemlich klein. Das wird jetzt hier recht schlecht. Man sieht es wahrscheinlich nicht so im Video. Das müssen wir noch mal umstellen. Zeige ich euch aber später. Ich möchte euch jetzt mal zeigen, wie man mal ein Symbol einfügt. Dazu drücke ich einfach mal die Taste A. Ich hatte ja schon gesagt, land oder merkt euch die Shortcuts. Ich kann jetzt hier die Taste A drücken. Jetzt werden meine Bauteilbibliotheken geladen. Meine Symbolbibliotheken. Und dann sehen wir hier, kann ich mein Symbol oder mein Symbol auswählen. Alternativ, ich mache das noch mal zu, könnte ich jetzt hier drüben draufklicken. Entsteht hier das gleiche Bild. So, wir wollen mal einen Resistor oder einen Widerstand einfügen. Hier sollte man sich die englischen Begriffe merken. Also im englischen Resistor haben wir hier das R. Und dann springt er da eigentlich schon in diese Bibliothek-Device. Und wir haben hier also den Resistor. Das ist die deutsche Zeichenweise für den Resistor. Wir haben hier noch den Variablen. Und es gibt aber auch immer noch die englische Zeichenweise. Hier in dem Fall mit US gekennzeichnet. Oder eben hier R unterstrich US. Dann hätten wir hier die US-Zeichenweise für einen Resistor. Wir sind in Deutschland, also halten wir uns an die Norm. Wir gehen hier drauf. Ich kann jetzt hier einen Doppelblick drauf machen. Und dann hängt der hier an meiner Maus. Und ich kann den jetzt entsprechend positionieren. Wir sehen, ich lege einen ab. Und immer, solange ich jetzt hier nichts anderes mache, kann ich den entsprechend hier immer wieder weiter ablegen. Das macht auch Sinn. Ich kann mir hier also, oder Widerstände brauchen wir ja in der Regel mehr. Und dann macht es auch Sinn, sich auch mehrere abzulegen. Ich kann jetzt über Rechtsklick abbrechen oder über die Escape-Taste das Werkzeug oder diesen Widerstand ablegen. Könnt ihr jetzt wieder klicken. Wir sehen, unten am Mauszeiger war noch das Symbol für den Symbol-Editor. Entschuldigung, für die Symbol-Auswahl. Und jetzt wollen wir mal noch an, was nehmen wir? Nehmen wir mal einen NPN-Transistor. Dann haben wir hier also einen NPN-Transistor. Ich kann hier auch Typ-Bezeichnungen eingeben, zum Beispiel mal BC107. Dann hätte ich jetzt hier sogar einen richtig schon bezeichneten Typ. Oder wenn ich eben einen Transistor nehmen möchte, der noch nicht hier hinterlegt ist, kann ich einfach sagen, ich nehme NPN oder PNP als Symbol. Und mache mal einen Doppelklick drauf. Und auch hier liegt wieder oder hängt mein Symbol an der Maus. Und ich kann jetzt sagen, okay, ich lege mir noch diese zwei Transistoren hier im Bauteilplan ab. Über Escape kann ich jetzt beenden. Und wenn ich nochmal Escape oder zweimal Escape drücke, bin ich hier wieder im Auswahlmodus, im Element auswählen. Ich kann jetzt dieses Element anwählen, gedrückt halten, also mit Maus gedrückt halten und verschieben. Ich kann aber auch mit der Maus hier drüber gehen, über dieses Element und sagen, ich drücke, ich beende das mal. Es darf kein anderes Element ausgewählt sein, sondern ich gehe einfach hier über dieses Symbol, sage jetzt M für Move und dann hängt das hier auch gleich dran. Und ich kann mein Symbol verschieben. Dann kann ich auch hergehen. Entweder ich wähle mein Element aus, mache jetzt einen Rechtsklick und sage, ich möchte das jetzt verschieben hier. Oder ich kann es auch drehen. Drehen geht jetzt, wenn ich hier anwähle, entweder hier oben über die Button. Dann sehen wir, dass das gedreht wird. Oder einfacher, ich gehe mit meiner Maus, es ist kein Element ausgewählt, ich gehe mit der Maus hier drüber und drücke einfach die Taste R. Dann bin ich relativ schnell, kann ich hier sofort mein Element drehen und zum Beispiel mit der Taste M bewegen, ablegen und das nächste nehmen, drehen, move, irgendwo hinlegen. Jetzt möchte ich euch noch etwas zeigen. Shortcut. Wir bewegen mal unseren Transistor hier rüber. Das hat den Hintergrund, ich möchte, dass hier das über die Bezeichnungen sich überschneiden. Wenn ich sowas habe, dass ich also mal hier in Kollision komme, dass ich hier diese R? und dieser Wert R überschneiden, dann kann ich ein Element anwählen und drücke die Taste O. Und wir sehen, mit O wird automatisch hier diese Beschriftung, das ist versucht zumindestens Kiket, so zu platzieren, dass sie sich nicht mehr überschneiden, dass es keine Kollidierungen gibt. Das wäre die Taste O. Wenn ich eine elektrische Verbindung zeichnen möchte, kann ich hier rüber gehen. Auch hier sehen wir jetzt schon einen Shortcut, das ist die Taste W. Also ich kann entweder hier draufklicken oder die Taste W drücken. Mit der Taste W für Wire komme ich automatisch in diesen Wire Mode. Ich drücke mal drauf und wir sehen, jetzt hängt hier eine automatische Verbindung dran und ich kann diese zeichnen. Ich breche mal wieder ab, ich gehe wieder in den Selektivmodus, wir sind hier oben beim Selektieren. Wenn ich jetzt hier automatisch auf so eine Anschlussverbindung gehe, sehen wir, wenn das Kiket schon so schlau und sagt, der möchte jetzt eine elektrische Verbindung zeichnen, dann wird hier automatisch das ausgewählt. Wenn ich jetzt hier draufklicke, hängt diese Verbindung drauf. Ich kann die jetzt nach oben ziehen, ich kann die nach rechts ziehen und ich kann die nach oben und unten verschieben. Wenn ich jetzt nicht möchte, dass die hier nach unten verschoben wird, kann ich immer diese letzte, immer eine Ecke, die letzte Ecke fixieren, indem ich einmal klicke. Wir sehen, jetzt geht das hier nicht mehr nach unten. Also diese Ecke geht hier nicht mehr nach unten, die ist jetzt gefangen. Jetzt kann ich hier nach drüben ziehen und lege das hier auf diesem Feld fest. Automatisch wird das Werkzeug beendet und ich hätte jetzt eine elektrische Verbindung zwischen diesen beiden Anschlüssen. Machen wir das nochmal hier, also auf das Element drauf gehen, anklicken, Verbindung wird gezogen. Wenn ich jetzt hier wieder klicken würde, wird hier verbunden. Ich möchte euch aber noch was weiter zeichnen. Ich zeichne jetzt hier mal durch bis hierher. Klicke jetzt einmal, dass ich diese Ecke hier vorn nicht mehr verschieben kann. Zeichne jetzt hier mit meiner Verbindung durchs Element durch. Klicke jetzt nochmal, jetzt kann sich diese Ecke hier nicht mehr verschieben. Dann fixieren wir hier oben mit einem Klick diese Ecke und ziehen das hier drüben dran. Achtet mal bitte auf diese beiden Widerstände hier, wo die Leitung jetzt durchgeht. Und ich lege das mal hier dran, zack. Und jetzt passiert folgendes. In dem Fall verbindet hier KeyCAD automatisch alle gekreuzten Anschlüsse. Das heißt, ich muss hier nicht jedes Mal von einem einzelnen Element zum einzelnen nächsten Element verbinden, sondern ich kann sagen, wenn ich diese vier Widerstände miteinander verbinden will, fange ich einfach hier drüben an. Hier drüben an, gehe ich hier durch und am letzten, wo ich abklicke, werden die beiden anderen Elemente hier gleich mit automatisch angeschlossen. Das erst mal soweit dazu als kurze Einweisung in den Schaltplan. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.